Im heutigen Video schauen wir uns neue Update-Ideen der Notruf Hamburg an. Hierbei haben wir unter anderem Versicherungen und offizielle Herausforderungen, welche vielleicht in Notruf Hamburg kommen könnten, beziehungsweise was ziemlich cool wäre. Mehr dazu gibt es aber nach dem Intro. Let's go! Für dieses Update-Video habe ich mir vor allem zwei Punkte rausgesucht, weil ich möchte euch nicht immer mit 20 Punkten vollballern und ihr checkt gar nichts mehr, sondern wir fokussieren uns jetzt auf zwei große Punkte und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem ersten. Der erste Punkt geht vor allem um das Thema Versicherung, denn ihr kennt ja alle Versicherungen in echt. Da gibt es ja so, so viele von Kfz-Versicherungen, Haftpflichtversicherungen, Pflegeversicherungen, Krankenversicherungen, was weiß ich. Jedoch geht es heute um die Krankenversicherung und Kfz-Versicherungen, welche es dann vielleicht auch in Notruf Hamburg geben kann und was ihr euch darunter vorstellen könnt, sage ich euch jetzt. Denn was ich mir darunter vorstellen würde, zum Beispiel bei der Krankenversicherung, dass du auf dein Handy gehen kannst, da gibt es dann eine neue App Versicherung. Da kannst du dann ganz cool drauf gehen und da dann deinen Vertrag auswählen. Da gibt es dann zwei Versicherungen erstmal zur Auswahl, also einmal die Kfz-Versicherung, die ist für das Auto und einmal die Krankenversicherung, die ist für dich, falls du stirbst. Und wenn du auf die Krankenversicherung drückst, hast du da drei, vier Tarifauswahlen. Du kannst einmal so einen günstigen Tarif wählen für, sagen wir, sieben Tage und zahlst dann, sagen wir, 10.000 Euro dafür, dass dein Krankenhausaufenthalt günstiger wird. Und natürlich, je länger man den Tarif von Anfang an wählt, desto günstiger wird es. Das heißt, du wählst jetzt für 30 Tage, zahlst natürlich dann monatlich, sagen wir, 50.000 Euro, bekommst aber prozentual mehr abgezogen von deiner Krankenhausrechnung. Wie man das dann einfach macht, man geht da drauf und nimmt diesen Vertrag an. Es ist dann so, wenn du zum Beispiel stirbst im Notrufarmark bei einem Schusswechsel, weil du irgendwo runterspringst wegen Unfällen, kommst du ganz krank aus. Und wenn du jetzt so viel Geld hast, ungefähr wie ich oder sogar noch ein bisschen weniger, zahlst du jetzt 2.500 Euro. Wenn du jetzt eine Versicherung hast, je nachdem welche dann, zum Beispiel die Größe für 30 Tage, zahlst du dann statt 2.500 Euro nur noch 2.000 Euro zum Beispiel. Und es ist halt so gedacht, dass du dadurch sparen kannst, wenn du halt das schlau anlegst. Man muss natürlich gucken, wie man die genauen Prozente macht. Das heißt, wie viel man dann noch fürs Krankenhaus zahlt und wie viel man für die Versicherung zahlt. Das habe ich mir noch nicht genau durchgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedoch geht es vom Prinzip her einfach darum, dass man halt monatlich was zahlen kann, alle 7 Tage was zahlen kann oder sagen wir alle 14 Tage und dafür Rabatte bekommt. Aber trotzdem was zahlen muss. Das heißt, du machst am Ende vielleicht, wenn du oft stirbst, sagen wir ca. 15.000 Euro gut. Klingt nach viel Geld, jedoch musst du ja auch wiederum einberechnen, dass die Personen ja oft sterben. Das heißt, sie können in keinem Fall richtiges Plus machen, sie machen ja trotzdem immer Minus. Und deswegen ist es nicht so OP auf jeden Fall. Sie können jedoch ihren Verlust nur etwas abdämpfen. Was ich mir auch als Update bei diesen Versicherungen vorstellen könnte, dass man Rabatt bekommt. Und zwar worauf? Ganz einfach auf zukünftige Gegenstände. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es in dem Spiel vielleicht beim Krankenhaus zu erwerben gibt Pflaster und Verbände. Das heißt, du gehst dahin, kannst du einfach für 250 Euro ein Pflaster holen. Damit bekommst du z.B. 5 HP oder du kannst den Verband holen für 500 Euro, damit bekommst du 15 HP. Ist jetzt nur ungefähre Summe, Beispielrechnung. Und wenn du jetzt eine Versicherung hast, kannst du nur einen Tarif auswählen, der es halt unterstützt, dass du auch Rabatt bekommst bei diesen Artikeln. Das heißt z.B. der niedrigste Tarif bekommt keinen Rabatt, aber die zwei oberen schon. Das wäre auf jeden Fall cool. Und deswegen finde ich auf jeden Fall diese Idee mit diesen Versicherungen für die Krankenkasse, also Krankenversicherungen, sehr, sehr gut. Wir kommen jetzt zur nächsten Versicherung. Hierbei geht es um die Kfz-Versicherung. Und was man hierbei machen kann, ist eigentlich relativ gleich. Du kannst auf deine Handy-App gehen und da dann unterschiedliche Tarife auswählen. Z.B. für einen Monat. Vielleicht gibt es auch was für drei Monate. Das wäre jetzt schon ein bisschen sehr viel. Aber z.B. dann für einen Monat, 14 Tage, 7 Tage. Man kann auch sagen, In-Game-Tage. Die gehen ja halt ziemlich schnell um. Da muss man dann halt sagen, irgendwie ein In-Game-Jahr z.B. Das könnte man, glaube ich, dann mit der Zeit besser messen. Jedoch geht es jetzt erstmal darum, was man bei der Kfz-Versicherung hat. Man zahlt dann auch wieder in dem Abschnitt, den man ausgewählt hat, Geld. Relativ viel, würde ich sagen. Also mehr als bei der Krankenversicherung. Weil die Autos einfach sehr, sehr teuer sind. Ich würde es halt so sagen, dass man von dem Autokaufpreis so gesehen immer ein bisschen Rabatt hat. Sagen wir 10%. Beziehungsweise da kommt es halt auch wieder drauf an, was für einen Tarif man auswählt. Wenn man den 7-Tage-Tarif hat, würde ich sagen, sind es einfach 5%. Beim 14-Tage-Tarif 10% und beim 30-Tage-Tarif 15%. Aus dem einfachen Grund, weil das so in echt ja eigentlich auch ist. Wenn man länger da ist, dann zahlt man weniger bzw. hat einfach Vorteile. Sowohl bei Versicherungen als auch bei Verträgen, Krediten, was auch immer. Und so würde ich es mir auch in Not-of-Hamburg vorstellen. Warum soll es überhaupt diese Versicherung geben? Ganz einfach. Auch aus dem Grund, Krankenhaus- und ADAC-Besuche sind extrem, extrem teuer. Und viele von uns geben halt so, so viel Geld dafür aus. Und wenn man nun eine Versicherung hat, dass man nun mal davon Prozente abgezogen bekommt. Das wäre halt sehr, sehr nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man zum Beispiel dann 30.000 für einen Tarif zahlt, aber damit so gesehen 35.000 Euro spart. Man ist logischerweise immer noch im Minus, aber hat sich 5.000 Euro gespart. Was halt dann schon wieder für Crimes zum Beispiel eine Waffe ist oder 4 Bomben. Und das ist halt auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Genau das gleiche beim ADAC. Wenn du da anstatt 5.000 Euro nur noch 4.000 Euro zahlen musst. Gut, ein bisschen übertrieben. Wäre das halt ein Riesenvorteil. Dementsprechend zahlst du aber natürlich auch genug bei der Versicherung an sich. So Leute, ich habe euch genug mit dem Thema Versicherung aufgehalten. Wir gehen jetzt zum nächsten Punkt und zwar Herausforderungen von Notruf Hamburg. Herausforderungen von Notruf Hamburg, was ist das jetzt schon wieder? Ganz einfach, es gibt mit jedem Update neue Herausforderungen, welche ihr absolvieren könnt. Das sind unterschiedliche Jobs. Das heißt, beim Crimejob gibt es halt eine Herausforderung. Du musst 50.000 Euro in der Crimeboss App haben, beziehungsweise ausgezahlt haben. Das heißt, du musst halt wirklich einiges schon ausgeraubt haben und dir das dann auszahlen. Und dafür bekommst du vom Dealer dann zum Beispiel die Belohnung, du darfst dir eine Gratiswaffe holen. Oder du bekommst da nochmal 5.000 Euro obendrauf. Oder du bekommst ein Diamant. Dass du eine Belohnung dafür bekommst, dass du so aktiv Notruf Hamburg spielst. Genau das gleiche bei der Polizei. Wenn du zum Beispiel eine Aufgabenlist hast, dass du 10 Leute festnehmen musst und das hast du geschafft, bekommst du nochmal obendrauf einen Bonus von 50 XP. Das ist halt auf jeden Fall cool, weil es nochmal eine extra Belohnung ist, wenn Leute viel Notruf Hamburg spielen und aktiv Notruf Hamburg spielen. Und das kannst du ja wirklich bei jedem Job umsetzen. Bei der Feuerwehr kannst du machen, wenn man 10 Feuer gelöscht hat oder 5 Sachen beseitigt hat von der Fahrbahn. Beim ADAC kannst du es machen, wenn du 5 Ampeln repariert hast. Beim LKW kannst du es machen, wenn du 10 Lieferungen ausgetragen hast bzw. 10 Kilometer zurückgelegt hast. Beim Bus kannst du es machen, wenn du 15 Haltestationen abgearbeitet hast usw. Ich glaube ihr versteht das Prinzip und ihr könnt halt bei jedem Job dann irgendwelche Vorteile bekommen. Bei den Jobs würde ich dann eher darauf gehen, dass du XP Boost bekommst bzw. nicht Boost, sondern Vorteile. Das heißt, du bekommst für jede Challenge, die du absolvierst, irgendwie 50 XP bzw. 100 wie auch immer, je nachdem wie schwer die Challenge ist. Und als Crime bekommst du dann entweder ein Item gratis geschenkt oder bekommst du irgendwie Geld. Eins von beiden auf jeden Fall. Ich würde solche Challenges auf jeden Fall sehr, sehr cool finden, weil du halt wirklich einen Anreiz hast, irgendwelche bestimmten Aufgaben zu absolvieren. Wenn du jetzt bei der Polizei bist, möchtest du einfach nur irgendwie viel XP verdienen und dir ist egal wie. Wenn du jetzt aber den Auftrag hast, 10 Leute zu blitzen, gehst du halt mehr darauf. Das heißt, du bist so ein bisschen vom Auftraggeber eingeschränkt, musst es aber nicht machen. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool und würde es deswegen auch cool finden, wenn es diese Challenges gibt. Man muss natürlich gucken, in welchem Zeitraum, weil ich weiß nicht, wie man das am besten mit dem Timer macht. Ob man es dann so macht, jedes Update wird diese Herausforderung rausgenommen und neu gemacht, dann hat man natürlich sehr viel Zeit für eine Challenge. Deswegen würden die halt größer ausfallen, wodurch man dann eher keine Lust hat. Das wäre natürlich nicht so gut, aber ich weiß nicht, ob es geht halt, dass man das im Update bringt und dann einen 7-Tage-Timer macht. Das weiß ich leider nicht, weil ich bin ganz ehrlich, wenn wir jetzt 30 Tage an einer Challenge arbeiten, wäre auch nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So Leute, das ist aber auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, lasst mal gerne einen Like und ein Abo da. Schreibt eure Meinung zu diesen beiden Ideen in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.